Mit Jelis K.O.C. und Peter Klein hat Satz, einst die ersten Kandidaten der zehnten Staffel, Promi Big Brother, benannt. Nimmt auch Pietro Lombardi teil? Wie wir euch bereits berichtet haben, startet die Promi Big Brother-Jubiläumsstaffel am Montag, 20. November um 20.15 Uhr auf Satz, 1. Wie gewohnt werden Marlene Lufen und Jochen Schropp die Reality-Show zwei Wochen lang täglich live direkt vom Promi Big Brother-Gelände aus Köln moderieren. Direkt im Anschluss gehen wie gewohnt Melissa Kallei und Jochen Bändel mit der Promi Big Brother Late Night-Aufsendung. Jelis K.O.C. und Peter Klein stehen bereits die ersten Kandidat-Innen fest. Promi Big Brother, Jelis K.O.C. und Peter Klein sind dabei. Ich glaube, dieses Jahr hat Big Brother nochmal einen draufgelegt und was richtig Krasses für uns vorbereitet. Promi Big Brother wird mein erstes Format, in dem die Zuschauer für mich anrufen können, erklärt K.O.C., die zuletzt in der Dating-Show Make Love, Fake Love, zu sehen war. Sie erwarte eine unvergessliche Zeit mit viel Spaß, Emotionen und neuen Geschichten. Peter Klein hat Respekt vor dem Zusammenleben mit fremden Menschen. Wenn sie nett sind, kein Problem. Aber es gibt ja auch die, mit denen man nicht auskommt. Das wird dann schwierig auf lange Sicht, so der Schlagersänger, der sich vorgenommen hat, bis zum Finale durchzuhalten, und sich dann den Sieg zu holen. In der RTL-Show, Wettkampf in vier Wänden, an der er mit Yvonne Wölke, 41, teilnahm, reichte es nämlich nur für den zweiten Platz. Promi Big Brother 2023, Pietro Lombardi äußert sich. Was die beiden vergessen haben, auf Join Plus können die Fans die Bewohner 2023 in einem 24-stündigen Livestream beobachten. Ob sich dem auch Sänger Pietro Lombardi, 31, stellen würde? In einem QA auf Instagram wollte ein Fan von dem DSDS-Sieger wissen, ob er sich die Teilnahme für eine Gage von 500.000 Euro vorstellen könne. Denn bisher sind bis auf Klein und K.O.C. keine weiteren Kandidaten bekannt. Er fand eine eindeutige Antwort. Ich glaube, für das Format sind vor allem bekannte Trash-Leute geeignet, so Lombardi, der die Container-Show generell nicht schlecht findet. Er selbst möchte allerdings nicht teilnehmen, auch, weil die Sendung ihm eher schaden würde. Für andere kann sie aber ein Sprungbrett sein. Promi Big Brother ist Gigi Birufio-Kandidat. Derzeit kursiert das Gerücht, dass Gigi Birufio, 24, zum Cast der 10. Promi Big Brother Staffel zählt. Seine »Sommerhaus der Stars«, Konkurrentin Valentina Doronina, 24, erzählte jüngst auf Instagram, dass er sich auf der Warteliste befinde. Vibliothe er sich auf der Warteliste befinden Sie, wenn die, als Sie sich auf der Warteliste befinden. Vielleicht gibt es ein Warteliste. Das ist eine Warteliste befinden Sie ein Warteliste. Untertitelung des ZDF, 2020